ja malzeit herzlich willkommen wieder zu einem video von mir wir sind immer noch in nachtschicht beim ls 22 hier haben wir aufgehört machen wir weiter weiß es gar nicht ob der andere jetzt schon fertig ist beziehungsweise der drescher fertig ist in gefahren noch einmal hoch und einmal runter dann werden wir dann mal an drescher gucken aber runter mit ihr unter das 14 fertig hat halt das kann sich wieder gucken das war jetzt y immer noch ja y 1 so haben auch so jetzt aber auf geht's hier auch meine direkte seite noch werden immer noch ein drescher runter gucken ob der fertig ist können wir den auftrag den auftrag abschließen 22.000 hat mich 26.000 an die nach der sohn da war ja was irgendwas mit dem kredit dann ist natürlich schlecht 2.15 haben wir also das dauert noch ein bisschen ja komm die nehmen wir noch mit runter und dann gehen wir in der drescher gucken dann haben wir ja fast ich weiß gar nicht er hat er nicht einen frontkader anzubauen dann müssen wir uns noch überlegen wo wir die hin parken ich denke mal die anderen die dahinten also schön gestapelt sind die sind fertig wo macht die ab bevor sie zum weg liegen ich deco ab ein ein 2 2 ä jetzt fahre ich doch schon wieder nach oben ganz unten lassen machen wir die noch fertig und dann gehen wir mal in den brechern gucken so sieht gut aus machen wir nicht aus alles aus hier sind jetzt fertig der ist fertig fast wo man das nicht noch hin stehen lassen dann kommen die fahre noch hoch ist das a stopp ok wenn man den jahr ausschmeißen den kurs nehmen wir damit irgendwann mal hatte man ein 90 prozent oder wann da man das bleibt vielleicht noch was für uns über warte mal haben warte mal haben wir ne und dann gucken wir mal was neues für den kriegen was hat er denn noch hat noch der helf also reparieren müssen oder nicht auch hier auch hier auch hier auch hier die kratzen so langsam den morgen an so so dann können wir den ja mal den kurs rausschmeißen würde ich sagen mal gucken wo war das denn jetzt hier da ne kurs aus fahrzeug löschen na perfekt so das ist aber nicht viel was der oberen spieler da ist nicht viel so da haben wir den jetzt abgetankt jetzt fahren wir halt noch erst weg und gucken was für uns für uns übrig bleibt wir mussten zum depot ja genau so war das wollen wir mal gucken und auch an kohle rauskriegen dann hat jetzt 91 prozent oder so abgeschlossene gucken mal ja können wir ein bisschen kohle können wir auch noch perfekt woher haben wir denn jetzt aufträge nochmal 30.000 ok abschließen 64.000 läuft doch lassen wir mal hier stehen erst mal dann gehen wir jetzt mal rüber zu dem hier ist ja gut motor starten oh bin ich nicht durchgekommen ach ja ist ja gut ah fast auch nö ist kommen das sieht doch gut aus aber jetzt wenn wir mal rauskriegen Hat er jetzt gesnappt oder nicht? Ich muss es hoffen. So, ich habe jetzt immer noch keine Ahnung, wo wir hinfahren mit dem. Fahren wir jetzt zurück. Oder nehmen wir was Neues an. Das ist grubbern, grubbern, grubbern. Aber ernten haben wir glaube ich nichts mehr, ne? Zähnen, grubbern, 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 ne. Ernten ist nichts mehr. Das dauert aber nicht weit, oder? Ne, ist alles grubbern. Sehen, ernten haben wir nicht mehr, okay. Dann fahren wir zurück. Komm. Komm. Untertitelung des ZDF, 2020 Dann können wir jetzt einen Nock roboren, oder? Mal gucken, ob wir ein paar kleinere Felder kriegen, oder so. Schauen wir mal. Ah, ich hatte es mir fast gedacht. Ich habe es mir fast gedacht. Dann müssen wir jetzt erstmal gucken, ob wir jetzt was zum Kobalt kriegen, oder dann müssen wir die Rassimale noch pressen. Das wird ja nicht mehr viel sein. Gut, kann ich schon direkt mal reparieren, oder? Lackzustand, ist ja fast im Eimer. Ich will ihn aber reparieren. Ach, habe ich eigentlich einen Tabber drin, weiß ich gar nicht. Ne, brauche ich auch gar nicht, ne? Für den Ding jetzt noch drin, da ist er. Können wir auch reparieren. Jetzt habe ich aber 20.000 für die Reparatur ausgegeben, ne? Oh, boah. Etwa heftig. Ich glaube, der passt so gerade hier rein, ne? Da ist eine Wand, okay, bleiben wir stehen. So, repariert bist du zumindestens. Der wenigstens ist etwas, ne? So, dann guckt man mal, ob man jetzt, naja, kann man das auch noch holen. Ich gucke erst mal, ob wir zu Grubbern finden, ne? So, Aufträge, Grubbern, na? Was haben wir denn da? Feld 2, Feld 3, Feld 8, Feld 3 ist Feld 8. Wo haben wir die denn? 2, 3, 8. Da. 2, 3, 8. Da ist ja direkt, ne, da ist die 3. 2, wo ist der Rest, naja, 2, 2, 3, und die 8. Hm, die 8 ist natürlich schon groß, ne? 3, 8, Feld 15. Komm und dann Feld 15. 15, 15, 15, 15, 17, 16, wo ist das Ding hier? Okay. Ah, ich denke, wir machen mal 2 oder 3, würde ich sagen, ne? 2 oder 3, Feld 3. Frage akzeptieren. Kommt der Schlüter auch noch mal zum Einsatz, ja. 1, 2, 3, cheiseln. Handy. Ja, ja, ist ja gut. Agro-Handy. Genau so ist das. Weiter geht's. Nummer 3 Volt. Ja, da oben steht's ja auch. Feld 3. Hm, Sprit hat er noch drin. Ja, наверholt. Ja. Jakob. Okay. Juh-Juh. Juh-Juh. Das ist ein Malerchen noch. Zumindest das Vogelwände machen wir jetzt noch hier. Uh, Holzenio. Halalala. Aber zu gut gemein, hm? Wir werden über Düster oder was für Regen gemeldet? Ja. Mhm. Vielen Dank. So, ich denke mal, zweimal reicht jetzt hier. So, dann werden wir den jetzt hier hinstellen. Gut, dann machen wir dann, ja, jetzt haben wir die Ball nicht gepresst, ne? Müssten wir dann in der nächsten Folge, müssten wir dann weitermachen. Den lassen wir in der nächsten Folge fahren. Dann machen wir die Ballen. Und dann müssen wir die da irgendwie noch auf Seite räumen, ne? Und dann mal schauen. Okay, danke fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.